so ich bin bereit für reaktions vor allem jetzt mit dem video hier wie leute es bei dir nimmst du video vorschläge entgegen ich habe auf meinem discord server einen reaction ideen channel da kann man dann die die vorschläge reinhauen aber für heute habe ich sechs videos vorbereitet das wird schon lange genug dauern vor allem weil ich gerne mal auch ein bisschen ausschweifender rede ja bei dem video hier der dunkle parabelritter sein video wir sind mehr ich hatte ja schon auf sein letztes oder vorletztes video reagiert und das ging ein bisschen durch und verhältnismäßig auf meinem youtube channel durch die decke vor allem negativen bereich weil halt einige spinne sag ich jetzt mal sich gedacht haben hey da kann wir ein bisschen hate ablassen es ging dann sogar so weit dass ich kommentare moderieren musste ja und halt einfach nur blinde parolen und beleidigungen mir entgegen geworfen wurden nun auf auf in das nächste video dieser art ach ja gut legen wir los wenn ihr denkt dass die proteste von mehr als einer million menschen in deutschland allein einen einzigen afd wähler zum umdenken bringen liegt ihr falsch das ist aber auch schlimm und warum bespreche ich mir jetzt also es wundert mich nicht wundert mich aber auch bei den meisten zumindest tiefer gehenderen anhängern nicht kannst das video ein ticken lauter machen momentan ist es sowieso pausiert aber es ungefähr auf gleicher ebene wie also alex stimme ist auf gleicher ebene wie meine ich hab nicht auch da gedreht ach leute es ist so lustig zu sehen wie die afd agiert wenn sie in der defensive ist oder die bilder von all den demonstrationen was ein krasses symbol normalerweise herrscht hier immer das gefühl jemand wird schon also eben gerade die musik hat mir ein bisschen das trommelfeld massiert irgendwie für mich machen aber gerade im hinblick auf die demokratie ist das ein sehr gefährlicher gedanke also toll war das wirklich toll so müssen wir jetzt weitermachen nicht nur auf der straße falls ihr auch bei einer demo wart oder plan zu einer zu gehen schreibt gerne mal in die kommentare ich hab die leider ständig verpasst die in hannover waren ich hab halt ich hab erst davon erfahren dass es demos dass es demos gab als die schon vorbei waren aber ich bin schlau ich informiere mich frühzeitig vielleicht schon morgen ne heute nach dem stream ob das wann die nächste mal in der nähe sein wird lass uns auch auf youtube deutschland zeigen was wir sind mehr bedeutet aber moment mal moment mal mach ich mach ich war das vielleicht alles fake ja liebe leute da sehen wir ja jetzt überall in unserem stasi star ah ähm es gab zwei punkte zum einen dass die ganzen teilnehmer gekauft wurden ähm und dass die ähm dass bilder retuschiert wurden unter anderem vom zdf angeblich das schönste den letzten punkt hat auf jeden fall tobias huch in einem video widerlegt gehabt äh das war einfach nur äh perspektive die perspektive sah anders aus von oben sah man auf der linken seite wasser ähm dann die äh ein anderes bild von der perspektive weiter unten sah es auch aus als äh als würde es dieses wasser nicht geben als hätte man da leute hin retuschiert aber naja perspektive muss man halt erstmal kennen ne und auch das mit dem bezahlt werden ich meine mhm warte mal die niedrigste zahl alleine nur für hamburg habe ich heute noch gesehen waren 30.000 die niedrigste angegebene zahl von und auch von zdf 30.000 mal 60 euro sollten die ja bekommen das wären 1,8 millionen die man hätte auszahlen müssen ähm nur für hamburg für einen tag äh ich sag's mal so christian lindner würde schimpfen und außerdem bei der menge das hätte sich glaube ich rumgesprochen wenn die geld bekommen hätten also von den leuten die geld bekommen haben da hätte es wahrscheinlich irgendwo irgendwelche postings gegeben hey die gut bezahlt dass wir auch noch zwangsgebühren zahlen müssen die schönen anti afd demos 10.000 20 30 bis zu 160.000 menschen haben sich angeblich versammelt um gegen die afd zu demonstrieren tatsache ist inzwischen nur dass man da pro palästina demos und andere demos genommen hat hat da ein bisschen was gemogelt und hat da ein bisschen geschnipselt und ein bisschen andere tonunterlage gemacht ja da könnt ihr euch mal ausmalen wie wir vom staats-staatsfernsehen hier manipuliert werden also wenn jemand staatsfernsehen erleben will ähm tvp anmachen das ist ähm ein fernsehsender aus äh aus polen der gehört oder gehört glaube ich immer noch zur pisspartei ähm ich bin da übrigens am recherchieren wegen eines videos ja ich werde ein eigenes video erstellen ähm ähm es ist halt ja das ist halt das ist das beispiel dafür dass man weshalb ich sage tiktok ist schmutz weil das ist halt ein kurzes video keine quellen kein gar nichts und ähm ja das ist halt quelle vertrauen mir bruder oder noch schlimmer waren das etwa alles nazis das sah so ein bisschen aus wie 1933 die fackel mehr stelle hat wie der faschist anderen faschismus vorwirft und so tut als wäre es aus seiner sicht was schlechtes es ist es ist zynismus hoch 3 einfach ich glaube das macht dumm so jemanden zu lange zuzuschauen ja ja ist es nicht putzig also ich kann bestätigen dass die 16.000 menschen in halle größte demo seit der wende übrigens dass wir echt waren ja ich bin übrigens auch nicht dafür bezahlt ach das das erinnert mich so ein bisschen an die Artikel 13 Demos alle Spots das waren alle Spots die da waren angeblich wurden laut der jungen Freiheit alle bezahlt um auf die Straße zu gehen die AfD kommt übrigens auf die Idee weil sie es selber so macht Leute warum warum sollte die AfD das selbst bezahlen haben die überhaupt so viel Fängt ja schon gut an oder also ich ich will heute so ein bisschen lachen das wird heute ein sehr erheitertes Video ich bin gerade in Hochstimmung und wie schrieb schon Friedrich Dürnmatt in die Physiker die Tyrannen dieses Planeten werden durch die Werke der Dichter nicht gerührt nur eines fürchten sie ihren Spott heute reden wir über Propaganda Strategie und was jetzt getan werden muss ich bin da froh dass auch um wieder mal auf Tobias hochzukommen er reagiert gerne mal auf solchen Schwurbler Kram und nimmt die halt dann direkt auch auseinander also ohne Direction die Einordnung dazu ist das wirklich ist das furchtbar aber so teilweise also es werden halt nur Überschriften vorgelesen oder halt das aus dem Artikel rausgepickt was gerade ins Narrativ passt alles da drüber und da drunter wird weggelassen und wenn man sich halt die Artikel teilweise dann anguckt wird das halt auch noch richtig eingeordnet es war so dass es dann halt nicht mehr ins Narrativ passen kann und umgedreht oder halt überinterpretiert ich sag nur Schlachtschiffe die durch die Wüste gezogen werden der AfD ist in den letzten Jahren ja schlecht beizukommen gewesen warum weil sie einfach auf einem anderen Schlachtfeld gekämpft haben als die anderen Parteien es ging ihr um Deutungshoheit und Siege im Informationskrieg im Internet das Internet das Blatt hat sich aber in der letzten Woche gewendet die AfD ist in die Defensive geraten der Beweis dafür war die kopflose Reaktion Klärung zum AfD-Geheimtreff das wurde nie gesagt ja deswegen gibt es Tonaufnahmen das war privat und wenn von außen gefilmt wird ist passiert das sagen wir doch schon lange und daran ist nichts geheim das wäre mir neu nie würden wir uns gegen das Grundgesetz stellen und alle die das behaupten sollten sofort in ein Umerziehungslager gesteckt werden warum auf die Korrektivrecherche selbst Weidel ist jetzt ins Fadenkreuz der neurechten Denker geraten weil sie ihren Feind Munition lieferte durch die Entlassung ihres Adjutanten äh ihres Referenten so viel militärischer Jargon hier die letzten Tage hat das rechte Lager zum Gegenangriff geblasen und man konnte folgende Stufen beobachten Stufe 1 Leugnung Stufe 2 Skandalisierung Stufe 3 Schulterschluss Stufe 4 Selbstbestätigung Stufe 5 Mobilisierung und dann schlussendlich Stufe 6 der Gegenschlag der ist jetzt erfolgt äh ist das so ähnlich wie äh wie die Trauer äh wie die Phasen einer Trauer oder Trauerbewältigung ist das so was ähnliches? Beispielsweise durch Nebelkerzen habt ihr das jetzt auch mitbekommen dass Alice Weidel plötzlich wieder den Dexit fordert also den EU-Austritt Deutschlands genau der größte Nutznießer verlässt sich selbst was für ein Schwachsinn für das Protokoll sie hat sich im August 2023 dagegen ausgesprochen ist auch völlig egal ob ihr das gehört habt es war nur ein Ablenkungsmanöver mehr nicht und was machen die Medien? sie fallen auf die Finte herein verbreiten das Wort machen sich damit wieder einmal zum Unterstützer der AfD also im Endeffekt das wovor ich im letzten Video gewarnt habe so und jetzt ja das Problem ist in einem Parabelritter hören die Medien nicht zu und das ist das Problem oder generell YouTubern weil die sind halt auf YouTube was haben die schon zu sagen halten wir mal an hier habt ihr gemerkt was hier gespielt wird? ohne Sinn und Verstand und mit Hass hat sich die Medienlandschaft und die User darauf gestürzt und die Schlagworte und Themen genauso verbreitet wie es auch der AfD nur gefallen konnte und jetzt wurde dieses Wort auch noch zum Unwort des Jahres gewählt herzlichen Glückwunsch damit hat Weidel wieder einen Sieg errungen sie gewinnen dadurch dass sie Themen in den Diskurs einpflanzen man muss verhindern dass sie die junge Stefan Schulz sind immer manchmal auch im ÖHR eingeladen beide sind glaube ich auch Publizisten wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht täusche ich sag jetzt mal ein Parabelritter ist halt nur reiner YouTuber ja manchmal werden die auch so YouTuber Blogger Podcaster also ich weiß dass Alex auch mal bei 13 Fragen dabei war aber das ist halt ein Online hat auch Bücher veröffentlicht ja ja dann wahrscheinlich dann auf der Basis dann wahrscheinlich auf der Basis es ist halt auch oh wer ist denn wer war denn das nochmal Jürgen Turtenhöfer nee Richard David Precht war das glaube ich der halt auch an sich nichts großartiges vorzuweisen hat außer dass er ein paar Bücher geschrieben hat as far as I know die waren bei Phoenix Runde und Lanz schon ach ja bei Lanz boah immer wieder in der Lage sind ihre Themen zu setzen Martin Sellner freut sich da schon wieder aber nicht zu doll er wurde jetzt von Spotify verbannt ja De-Platforming heißt das einfach keine Plattform für menschenverachtende Ideen und Narrative bieten ja so könnten wir das auch in unseren Medien machen oder wo ist sie denn da hast du denn sag ich mal wenn das wirklich so auch juristisch nachweisbar ist das ist halt auch tatsächlich so richtig möglich weil bei so einer großen Plattform wie Spotify oder auch Twitch YouTube und so weiter darf an sich etwas nur nicht darf etwas nicht gesperrt werden nur weil halt die Plattform sagt hey es ist Hausrecht auch wenn es in den AGB drin steht aber tatsächlich sind die AGB in Deutschland so nicht gültig tatsächlich übrigens der österreichische Sellner ja der ist im Jahr 2018 zweimal bei der Einreise in London festgenommen und in eine Abschiebeeinrichtung gebracht worden ich liebe ja Ironie in Deutschland wird ja jetzt geprüft ob wir diesen Ausländer demnächst auch nicht mehr in unser Land lassen müssen also ich finde er sollte da mit gutem Beispiel vorangehen oder was meint ihr man will jetzt generell nicht sowieso so interessant die haben darüber gesprochen Leute mit einem nichtdeutschen Pass des Landes zu verweisen und die unterhalten sich damit mit einem nichtdeutschen generell die Einreise ausländischer Neonazis stärker verhindern wie in anderen Ländern fragt sie jetzt nur warum jetzt erst man war den Rechten gegenüber zu nachlässig sie konnten ihre Gegner ungehindert schwach aussehen lassen weil sie ihre Schlachtfelder selber auswählten und ihre Gegner haben sie ihn auch relativ leicht gemacht je schlechter es Deutschland geht desto besser für die AfD Christian Lütt wir erinnern uns ehemaliger Pressesprecher der AfD ja ja und deswegen besteht halt an sich auch kein Interesse daran irgendetwas an irgendetwas großartig an diesen an der Situation zu ändern weil wenn es den Leuten dann besser geht warum sollten die noch weiterhin dann hinter dieser Partei stehen der wusste Unzufriedene die sind gut einzufangen und für die AfD ist immer alles schlecht man ist immer wütend immer Opfer ich weiß nicht ob ich von Opfern regiert werden will ganz ehrlich es ist auch paradox weil sie gleichzeitig behaupten die einzig Starken unter Sprachrohr der stillen Mehrheit zu sein und die Regierung in Berlin die müsse für die Freiheit halt einfach vertrieben werden legitim weil das ist ja im Sinne der demokratischen Mehrheit und man hat sie echt zu lange Mehrheit spielen lassen stell dir mal vor du bist unzufrieden und jemand sagt zu dir der Großteil des Volkes fühlt sich genauso schau dir mal die Umfragen an ja gemeinsam werden wir die linksgrüne Kaste bezwingen die uns alle unterjocht ja vom Linksrutsch hatte man schon mal von der CDU gehört klingt legit und wenn das alle so empfinden Romalis wurde in den Schmutz gezogen von angeblichen Satyrikern im Buch willkommen im falschen Film von Andreas Fock und Monika Gruber richtig widerlich und in dem Buch befinden sich menschenfeindliche rassistische und antifeministische Parolen und der Klarname einer Person genannt wo sie rechte Anfeindungen ausgesetzt wird und das täglich und der Pieper oder Piper Verlag äußert sich dazu kein bisschen Irgendwas irgendwas war da ja also ich die bsw ich lass das Video mal laufen dann muss es ja stimmen und jetzt alle zusammen wir sind das Volk ach ähm Bundsache Wagenknecht die Partei ähm also ich bin absolut kein Sarah Wagenknecht Fan ähm aber meine Hoffnung ist dass diese Partei der AfD einiges an Prozente äh klaut und die sich dann gegenseitig dann äh versuchen die die Wähler abzugreifen abzugreifen das ist so die wahrscheinlich beste Methode wie man die AfD klein halten kann ohne ein ähm ohne ein Verbot anzustreben BRBV ja bis gleich beziehungsweise ja ja ich hab mir angeschaut was hier eine linksgrüne Gruppe Kaste aus Politikern und äh auch großen Teilen den Medien zu Wege bringt und auf die Straße bringt jetzt ist es aber so je mehr Menschen begreifen dass dem eben nicht so ist umso schwächer wird die Macht ihrer Trollarmeen und der Handvoll rechtspopulistischen Internetaktivisten wieder die AfD gewinnt an jeder Spaltung und verliert wenn diese Spaltung wieder rückgängig gemacht werden können maßgeblich beteiligt an der Spaltung sind eben diese sehr aktiven und meistens sehr anonymen Profile im Internet und und deswegen mache ich halt diese Videos so ich weiß meine Reichweite ist halt bei weitem bei Universen nicht so groß wie die eines Parabelritters aber wenn auch nur eine einzige Person dann auf YouTube dieses Video sieht der den Parabelritter nicht kennt das reicht mir dann schon die blasen jetzt massiv zum Gegenangriff und wie der aussieht das schauen wir uns jetzt einfach mal an ich hab euch ja Spaß versprochen es gab in den letzten Tagen Proteste mit insgesamt über einer Million Teilnehmer wie damals bei dieser Corona Demo erinnert ihr euch da waren ja angeblich über eine Million Menschen in Berlin die Berichte die sprechen vielleicht eine andere Sprache aber die sind ja auch nur eine Medienkampagne gegen das Volk gewesen ihr wisst ja die AfD die hat keine eigenen Ideen deswegen führen sie einfach dieselbe Diskussion wie Trump wer hat die größere Protestmenge ja das Vergleich für Populisten beleidigt von damals als man selbst die Proteste extrem überzogen darstellen wollte schlägt man jetzt in Kleinkindmanier zurück man spricht natürlich von 350 Millionen Demonstranten ja Spaß beiseite ja so viele Menschen an einem Ort haben AfDler noch nie gesehen das muss natürlich KI sein oder liegt es doch an diesen klassischen Chips durch die Corona Impfung hat man ach Gott ja ja vor allem weil weil das Ding halt im Hirn ist ich spüre ich spüre ich spüre die 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 Sendefrequenzen hier in meinem Arm spüre ich eindeutig spüre ich sowas von deutlich halleluja man dadurch etwa auch damals Anstand eingeimpft bekommen das Narrativ das übrigens keine Eintagsfliege ist auch dieser Post beweist dass die Regierung mittels Nazi-Taste auf der kein Fluchen macht du heiliger Bim Bam okay ich hab schon wieder vergessen wie lang fünf oder zehn Minuten fünf Minuten war das oder zehn okay so Timer läuft Fernbedienung die versklavten Leute kontrollieren würde kann es sein dass du dumm bist oder sowas klar ist natürlich auch dass kein vernünftiger Mensch das war keine Beleidigung von meiner Seite aus kein Fluchen von meiner Seite aus das kam in dem Video vor für die Demokratie auf die Straße gehen würde nur für Geld das waren nämlich zwei Millionen bezahlte Schauspieler und hier hier war die Stellenausschreibung dafür ah Moment für Geld das waren nämlich zwei Millionen bezahlte Schauspieler und hier hier war diese Stellenausschreibung ist by the way zwei Jahre alt ja es gab eine Stellenausschreibung aber wie gesagt die ist zwei Jahre alt und das war für Statisten für einen Film weil Hamburg hat ja auch gar keine Filmstudios so nein absolut nicht also da wird nie was gedreht in Hamburg wie kämen wir denn dazu dass da Filme gedreht werden könnten oder irgendwas keine Ahnung vielleicht ein neuer Tatort oder so war die Stellenausschreibung dafür ah verdammt diese Internet Detectives das sind schon echte Füchse und damit kennt man sich ja aus schließlich hat die AfD ja Leute für die Teilnahme an ihren Demos bezahlt gemeinsam für die Demokratie und damit gegen euch tut weh zu sehen dass man selbst nur im Internet stark ist oder da wo man die abgesprochene Narrative Copy-Paste mäßig einfach so verbreiten kann wie hier zu sehen bei Beatrix von Storch die dem Korrektiv den Journalistenstatus abspricht und sie als Handlanger im Auftrag der internationalen Finanzindustrie und grüner Milliardäre bezeichnet die ganze AfD existiert nur wegen brauner Milliardäre wie von Fink vergiss bitte nicht Rixi für die Demokratie kämpfen Menschen freiwillig Nazi sein das muss sich schon lohnen naja aber zumindest sind sie effizient es muss immer nur ein Hirn denken die Herabwürdigung von Korrektiv als Linksextremisten oder die sind alle zusammen nur ein einziges Hirn man weiß ja nicht so genau und politische Krawallmacher oder Schmutzwerfer die unter dem Deckmantel des Journalismus ihre Propaganda verbreiten das ist der Tenor in der AfD erst am 21.01. gab Baumann von der AfD zu er sehe hinter der Recherche eine infame Kampagne der linksgrünen Klasse gegen die AfD diese Behauptung findet sich auch bei Höcke wieder aber die im Endeffekt selbst wenn das irgend so eine Kampagne ist oder sowas die fahren ja selbst diese ganzen Methoden auf ich meine ich weiß das ja zu gut ich habe das an meinem YouTube Kanal gesehen Jesus was jetzt in den letzten Monaten hier hochgekocht worden ist ist eine über viele Jahre geplante Anti-AfD-Kampagne der politische Gegner der ja nicht nur in Deutschland sitzt sondern unsere Freunde die hier die Hebel der Regierung in der Hand haben werden ja von außerhalb auch beraten ich muss das jetzt nicht weiter ausführen laut Baumann sei die Kampagne der letzte Versuch das letzte Aufgebot er behauptet übrigens auch dass Alice Weidel den Referenten Hartwig wegen etwas anderem entlassen hätte Alice Weidel selbst sagt also sie liegen richtig wenn sie annehmen dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat putzig der Herr hier beluste ich mich auch regelmäßig mit diesem farbenfrohen aber intellektarmen Meisterwerk hat er sich mal wieder selbst übertraut besonders mit diesem Rechtschreibfehler prominent im Zentrum des Bildes Bratwurst Bratwurst und Physik ist ihm scheinbar auch zu hoch Stichwort Perspektive ja Perspektivwechsel aber das kann in diesen Kreisen ja keiner also man sieht diese Aufnahme ist deutlich höher gelegen als die hier ja ja also das ist ähm also entweder ist das KI generiert oder ähm ist das irgendwie am Computer erstellt worden aber naja hoch Stichwort Perspektivwechsel aber das kann in diesen Kreisen ja keiner Moment auch hier haben wir es wieder nur mit einem Hirn zu tun während alle anderen aus sind denn natürlich kam diese Idee zuerst von Bernd äh dem hier der hat diese Idee nämlich als erster gehabt da erklärt euch ein Einäugige was 3D ist hier nochmal für ganz langsame jetzt verstanden ja dann kann man es nochmal ich mach das nochmal ne Schritt für Schritt mach ich das jetzt nochmal habt euch ein Einäugige was 3D ist hier noch ein Einäugige ja Alex hat ja nur ein Auge ne hier sieht man ah ok das ist die eine Linie das ist die andere Linie und hier ist halt der Winkel ziemlich groß deswegen kann man hier sehen ah da ist Baza ähm ich glaub das ist die Alster die Innenalster ich kenn mich nicht ganz so in Hamburg aus das ist ne ihr könnt es gerne nochmal nachprüfen nochmal für ganz und hier es ist tiefer deswegen ist diese Linie hier ist dann die äh die eine Linie hier ist die andere Linie die wir eben gerade auch schon gesehen haben aber der Winkel ist ja wesentlich kleiner deswegen sieht man das Wasser na doch man sieht es hier ganz leicht ganz leicht aber halt ne nicht so stark wie man auf einem anderen Bild das sehen kann Binnenalster Binnenalster ja mein ich nicht Innenalster Binnenalster das langsame jetzt verstanden ich begreif's nicht na gut dann hier nochmal als Animation naja Höcke ist ja kein Natur Wissenschaftler wobei er sein miserables Geschichtswissen ja auch immer wieder unter Beweis stellt das sind Menschen die in Leipzig diesen Lichtermarsch gemacht haben das sind dieselben Menschen in 1933 die Fackelnmärsche in Nazi-Deutschland veranstaltet haben das ist so wer wollt ihr mich verarschen so blöd kann keiner sein Leute ich oh herrlich könnte ja jetzt gespielt überrascht tun aber ich gähne einfach nur denn die Nazis als Links darzustellen ist halt eine der wichtigsten Strategien um die eigene Harmlosigkeit zu beweisen hat ja glaube ich sogar Goebbels mal gesagt dass die NSDAP links ist eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden dann wird sie geglaubt und ja anderes Zitat von Goebbels passt auch natürlich kennen sich Bernd und seine Kumpane mit Goebbels bekanntesten Zitaten aus nicht wahr und wie uns allen bewusst ist tritt sich das breit pausiert am besten mal für heute in Hamburg könnte es 1933 auch angefangen haben tauchen Menschen die gegen rechts demonstrieren was eine legitime politische Einstellung ist ich kenne Leute die rechts sind also die mit sagen wir mal mit rechts sind und so aber die kommen dann trotzdem nicht auf die Idee andere Menschen dafür dann irgendwie anzugreifen also im wahrsten Sinne des Wortes so das was halt die AfD macht ist halt die sagt halt wir sind besser und die anderen sind scheiße viele dieser Teilnehmer merken nicht oder sagen was so die rechts im Sinne von Patriotisten sind so und was die halt machen das ist halt noch eine Spur weiter nationalistisch viele dieser Teilnehmer merken nicht dass sie nicht die Lösung sondern Teil des Problems sind und will also die größte Oppositionspartei aus dem Bundestag ausschließen und den Faschismus wieder etablieren Täter-Opfer-Umkehr aber per excellence dafür läuft man dann in Hamburg im Gleichschritt oh dass hinter dieser gut organisieren dass hinter dieser gut organisieren demokratie wird alter Junge lass mal Rechtschreibprüfung da durchgehen ca. 100 NGOs stecken naja hast du dafür irgendwo irgendwelche Belege muss man wissen damit kann man natürlich Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet bezahlt mit unseren Steuergeldern ankarren natürlich kann an nicht allen Menschen dort die böse Absicht unterstellen kann man nicht allen Menschen dort Junge die Demokratie abzuschaffen und ein Einparteinsystem zu etablieren zu wollen das kann doch niemand sein der irgendwie selbstständig denken kann ne also meinetwegen ist das in absolute Eile geschrieben worden und es kommen halt dann irgendwelche Tippfehler mit rein meinetwegen geil aber das ist halt das ist halt inhaltlich einfach sechs Sätzen und lest euch das hier durch Leute ich wünschte ich dächte mir das nur aus aber seht selbst im letzten Video hatten wir es ja davon man muss den Gegner mit Mist fluten wie etwa SED Einheitsregierungsparteien und S-Antifa Ach der Herr Gulda Lindemann der Fahrspurende jeder weiß was ein Fahrspurende ist auf der Autobahn zum Beispiel ohne Witz er hat einen Tweet bei dem ich weiß gerade nicht ob das von der letzten Generation war oder so hat das von Fahrspurende geschrieben und er hat diesen Tweet genommen und gesagt da gendert jetzt jemand Fahrspur Fahrspurende und er hat dann zwei drei Tage später dann gesagt ja das sollte Satire sein von meiner Seite aus und damit hat er dann versucht sie raus zu reden ratisch Opposition Demokratie geht jedenfalls anders Rede von der AfD oder paar Kampfgruppen Andere nennen die Antifa Useful Idiots of New World Order und da habe ich schon wieder Bock auf eine extra Folge beim Eisberg Apropos da kam heute eine neue Folge Link da unten es geht um QAnon und George Soros ich glaube das passt sehr gut zum heutigen Thema die Folge ist sehr gut die habe ich mir privat angeschaut okay okay wir haben jetzt das stellen in die Opferrolle wir haben victim blaming wir haben erfundene Bullshit Begriffe wir haben Diffamierung des Gegners Falschbehauptung lustig hier kam der Typus der Schlaf Schafe aus der Motten Kiste ich brauche einen Schnaps oh nee ja ja klar aber Schnaps ist noch zu wenig dafür ey ich kaufe mir einen Liter Bleiche oder sowas Leider stehen die nicht auf der Alster weswegen es wohl ein Fake Bild war schade putzig wird das Narrativ der vier sind die Mehrheit verteidigt ich sag mal so die Intention finde ich bei so einer Art von Bilder KI durchaus weil man halt die Menschen gegen Schafe aus bei der Menge daran zu setzen das parant zu machen ich verstehe es wenn man zu so einem Mittel dann greifen will inhaltlich ist das halt aber dann trotzdem das ist einfach ja das das ist wie die Meldung mit einem Geisterfahrer ne Mann fährt auf der Autobahn hört im Radio ja da kommt Vorsicht auf der A2 kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen und der sitzt da wo einer Hunderte Ach ja und das kontinuierliche Umfrage hoch tatsächlich ist die AfD in den neuesten Umfrageergebnissen um 1,5% in der Gunst der Befragten gesunken man reduziert den Erfolg der Demonstranten auf Gratis Mut und infantile Banner Sprüche während man selbst in Panik verfällt wie in Hamburg man sagt ja immer getroffene Hunde bellen und rechte Wölfe heulen anschein wenn sie getroffen werden angesichts dieser enormen Demonstration überall in Deutschland bleibt ihnen aber auch nichts anderes übrig habe ich den Eindruck ich meine wann habt ihr das letzte Mal davon gehört dass Demos abgebrochen wurden weil zu viele demonstrieren wollten was ist los in diesem Land Das ist eine gute Frage wann das letzte Mal abgebrochen wurde Ich könnte mir das entweder bei Artikel 13 oder bei Fridays for Future vorstellen abgebrochen wurde weil zu viele Das ist der Hammer Leute Ich glaube hier entstehen tatsächlich Bilder die historischen Ausmaße sein könnten Schaut euch das an das spricht doch für sich selbst oder Offenbar verbrüdern sich sogar Düsseldorfer und Kölner miteinander das heißt die Hölle selbst ist zugefroren Eieiei fehlt nur wenn Hannover Rader sich mit Braunschweigern zusammentun dann ist aber auch wirklich da knallen zwei schwarze Löcher aufeinander Und wir haben und das sehen wir gerade in Deutschland historische Tage Und ich finde diese Beiträge hier die fassen alles wesentliche zu den rechten Posts sehr gut zusammen So jetzt aber mal Spaß beiseite All dieser Müll ergießt sich permanent weiter den Eindruck zu erwecken als wären sie die Mehrheit Die Illusion die muss ja irgendwie aufrechterhalten werden aber Demonstranten kann man leider eben doch nicht fake wie es mit Klicks und Likes der Fall ist Wir sind mehr So Achtung Realitätscheck Nachdem wir alle zusammen gelacht haben muss ich euch jetzt mal mit der schmerzhaften Wahrheit konfrontieren Die AfD verschwindet jetzt nicht plötzlich über Nacht so wie sie auch nicht über Nacht gekommen ist Warum nicht Na die Probleme die sind ja immer noch da Muss man sich jetzt wirklich ernsthaft darum kümmern wie anstrengend Übrigens das war kein Protest für die Regierung Das ist ein Protest jedes demokratieliebenden Bürgers dieses Landes und er ist notwendig weil die regierenden Parteien es viel zu lange nicht geschafft haben Ich sehe es genauso weil ich bin auch kein allzu großer Fan von der Ampel Aber trotzdem komme ich dann nicht auf die Idee zu sagen ich gebe jetzt meine Stimme nach rechts Ich kann mich dann nur wiederholen Ich gucke mir so einen Wahlzettel an und im unteren Drittel was für mich am sympathischsten klingt da gebe da gebe ich meine Stimme ab So davon hat im Ende gar keiner was außer die kleinen Parteien die freuen sich hey da hat uns jemand eine Stimme gegeben Es ärgert mich dass ich vor ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun Lass Lindner Ich sag's mal so Ich kenne andere Leute von der FDP die durchaus die Sympathieträger sind Sagen was so Gibt es tatsächlich Ich hatte gerade noch einen Gedanken im Kopf aber er ist mir schon wieder entflogen Lass uns doch bitte mal einen Blick auf die ökonomische Gesamtsituation werfen also nicht diesen Fake Wert der nur auf Einkommen schaut wo gefühlt jeder Mittelschicht ist bestimmt auch Fritze Merz der durchschnittliche Haushalt in Deutschland hat 107.000 Euro das bedeutet nicht Bargeld doch zum Thema dieser Kampf viele es gibt zum Beispiel das war ein Dekadent er hat auch zu Wahlbetrug aufgerufen hinterher hat das wieder zurückgezogen hat dann gesagt nee ist vollkommener Bullshit das bringt nichts das bringt denen eigentlich sogar noch mehr Sympathien bei er hat gesagt dass man Wahlhelfer werden soll und wenn Stimmen für die AfD ausgelesen werden dass man die zerreißen soll weglegen soll irgendwo keine Ahnung was oder eine Unterschrift setzen dass das ungültig gemacht wird hat er dazu aufgerufen hat er auch zu Recht Kritik dafür abbekommen und wie gesagt er hat sich er hat das danach dann auch wieder zurückgezogen und das ist halt Aktion ich verstehe dass man sowas machen will es bringt halt aber eher dann im Gegenteil etwas das bezieht auf wohnungen und häuser mit ein die deutsche familie ist klammheimlich auf die hinteren plätze in europa zurückgefallen und das ist nicht über nacht passiert oder in dieser legislaturperiode sondern über viele jahre und jetzt legen wir mal eine karte mit dem vermögen nach bundesländern gegenüber vermögen absichtlich schulden nach region in euro ihr haushalt ja das wundert tatsächlich norddeutschland dass die auf dem zweiten platz sind ich hätte ehrlich gesagt sogar gedacht dass Westdeutschland mehr hätte im Schnitt krass aber dass der Osten ganz hinten liegt das wundert mich weniger und dann legen wir eine karte dazu bei der wir die afd stärkste partei laut der umfrage in landkreisen sehen mensch wer hätte das gedacht keine ahnung statistiker geo lehrer politikwissenschaftler schaut euch dazu bitte meine beiden ost videos an ich verlinke die euch da unten und wir können basically jede karte drüber legen auf jeder sieht man diese Trennung und jetzt stellen wir uns noch mal folgende frage was könnte die menschen besonders beschäftigen in einer phase des wirtschaftlichen abschwungs der hohen inflation und der geopolitischen unsicherheit waffenhilfe für andere länder umweltschutz fahrradwege in peru nein dass sie selbst über die runden kommen die ungleichheit ist massiv schaut euch mein video bist du schon unterschicht an ist ja nicht so dass die grundlage für diese politische verwerfung nicht völlig offensichtlich bekannt wäre wenn die angst in zukunft nicht mehr zurecht das ist halt das problem generell das werden sachen angepackt die den durchschnittsbürger im endeffekt am poppes vorbeigehen so und da muss halt dann die aktuelle politik oder die nächste regierungskoalition muss halt darauf stärker eingehen damit sie damit die leute halt auch sehen die machen was für uns wir können anfangen dem wieder zu vertrauen zu kommen zu groß wird und es sich auch über eine längere zeit nicht mehr verbessert dann fühlt man sich verarscht vielleicht sogar verraten die AfD hat es geschafft auch wichtige positive entscheidung als fehler darzustellen weil die kommunikation fehlgeschlagen ist oder das vertrauen in die entscheider seit jahren leidet aber nicht nur als fehler sondern manchmal auch als böswillige absicht dieser rot-grünen kaste schön verbunden mit verschwörungserzählungen auch meinem stay war das ich glaube schon ein paar videos gesehen dass Leute dann in seinen chat reingekommen sind und gesagt haben ja die leute die bürger geld bekommen die kriegen zu viel ja warum ja weil ich jemanden zitat jetzt aus dem chat gedächtnis protokoll weil ich jemanden kenne der bekommt noch weniger als jemand der bürgergeld hat aber das ist halt dann nicht das problem dass der mit bürgergeld eigentlich schon am existenz minimum lebt zu viel bekommt sondern die person die noch weniger hat mit einem job das problem ist dass er nicht mehr bekommt so und da muss man halt gucken so wie gehe ich da ran da ist halt zu sagen hey die sollen weniger bekommen ist da der falsche Ansatz die argumentative strategie der AfD ist immer wieder ankämpfen gegen eine Elite die das Volk vernachlässigt hat mal abgesehen davon dass sie seit sie in Parlamenten sitzt ja selbst zu dieser Elite gehört kommt dieses verschwörungstheoretische wir gegen die eben gut bei denen an die wirklich das Gefühl haben nicht gehört zu werden und man vertreibt die AfD wenn man diesen Menschen wieder das Gefühl gibt gehört zu werden das Problem daran ist nur leider mit Blick auf das was die AfD so im Bundestag abstimmt ah schichten ach scheiße die haben es abgelehnt streichung des solidaritäts zuschlags abgelehnt oh warte mal wir sind im osten am stärksten und der osten soll kein geld mehr bekommen einmaliger kinderbonus von 300 euro je kind abgelehnt mehr geld für den digital pakt schule abgelehnt naja gut das würde auch bedeuten dass die kinder dann medienkompetenz medienkompetenz gelehrt bekommen und dann herausfinden könnten was von stuss die finanzielle aufstockung des kitaausbaus abgelehnt mindestvergütung für auszubildende abgelehnt mehr investitionen ganztagsbetreuung abgelehnt heilige scheiße das ist echt aber eine partei für das volk das merkt man sofort mütterrente abgelehnt erhöhung der mütterrente abgelehnt ei 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 also wo haben die denn ähm wo haben die denn dafür gestimmt steuerlast für besserverdienende senken dafür na das ist auf jeden Fall politik für den kleinen mann das erkennt man aber sofort arbeitslosengeld eins abschaffen dafür erhöhung des rentenalters dafür alter heiliger strohsack ey meine frisse ey das ist aber halt also politik für den durchschnittsbürger also wer das nicht erkennt eins leute da seid ihr alles schlafschafe ist sie an sich ein noch größeres debakel für die leute die sie wählen als andere mit denen sie jetzt schon unzufrieden sind aber das ist schwierig zu vermitteln gesittete diskussionen zu führen ist beinahe unmöglich geworden weil propagandisten mit der verbreitung von gezielten falsch informationen geld verdienen das sind übrigens oft unpatriotische wirtschaftsflüchtlinge im ausland die keine rechtlichen konsequenzen zu fürchten haben Alice Beidel wirtschaftsflüchtling wie kommt man denn da drauf die lebt ja in der schweiz mit ihrer frau warum denn aber auch wohl bei einer partei die etwas gegen homosexuelle für das gift das sie in deutschland verbreiten beispielsweise vermietertagebuch oder aktien mit kopf jetzt das ist der eine schwurbel von dem ich erzählt habe es kam aber heraus dass die regierung offenbar extrem viele statisten bezahlt hat nur um die demo größer wirken zu lassen habe ich tatsächlich noch bevor das stream angefangen hat habe ich mir die reaktion von tobias huch darauf angeguckt er hat gesagt wenn das wirklich stimmt und er beweise dafür hat dann darf vermietertagebuch tobias huch abmahnen und sogar vor gericht schleifen wenn er beweise dafür hat dass das stimmt ansonsten ist wirklich er keine Meinung keine Vermutung aufgestellt sondern wirklich tatsachen behaupten und gesagt vermietertagebuch lügt jetzt heißt es nicht mehr demonstrationen gegen rechtsextremismus und so ja sondern jetzt heißt es ja mittlerweile schon demonstrieren gegen rechts ja also irgendwann heißt es dann schon demonstrationen gegen alles was nicht links ist oder wo kommen wir noch dahin die stärken das ist ein schönes Stromhahn argument die stärke der AfD rührt nicht daher dass alle die sie wählen überzeugte Nazis sind sie sind unzufrieden glauben keine andere Wahlmöglichkeit mehr zu haben und werden sukzessive von der Partei und ihren Vorfeldorganisationen radikalisiert aus Skepsis entsteht Verweigerung und die kann in eine alternative Realität führen und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer wenn es keiner politisch schafft sie aus dieser Haltung wieder heraus zu holen Beispiel Proteste sind gerade nur dazu da um von den Bauern Protesten abzulenken es würde dort ein Ungleichgewicht geben und die Bauern Proteste die können ja nicht wichtiger sein als Demos bei denen die Regierung teilnimmt in deren Rahmen ein Verbot einer demokratischen Partei gefordert und die beiden es ist ja Olaf Scholz und Annalena Baerbock stehen da ich weiß ob sie auch irgendwie zur Regierungskoalition gehört die beiden stehen hier einfach so ohne Personenschützer mitten in der Menge ja legit das heißt die Born Proteste historischen Ausmaßes mit hunderttausenden Teilnehmern die schon seit einer Woche laufen finden in dieser Sendung faktisch gar nicht mehr statt und wie absurd diese Scheinrealität werden kann das haben wir auch exemplarisch an der Reaktion auf die Proteste die ich euch gerade gezeigt habe erkannt wir müssen die Menschen da wieder herausholen wie soll ansonsten unser Land funktionieren und das geht nicht ohne die Politik das hier ist der letzte Weckruf bevor es wirklich düster werden könnte ob jetzt die BSW wie alle hoffen eine Rolle spielen wird ist bisher völlig offen manche waren sogar schon davor dass die weiteren kleinen Parteien am Ende nur der AfD helfen könnten das wäre böse das wäre böse also das Verbot der AfD das überall diskutiert wird meine Gedanken dazu kennt ihr aus dem letzten Video es gibt noch andere Methoden mit denen man eine Partei die die Demokratie zerstören will bekämpfen kann beispielsweise indem man ihr die Finanzierung durch den Bund das System zu stürzen im Stande ist aber ich das wäre interessant aber hey die können sich ja nicht von selbst finanziell kriegen keine spenden oder so nein 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 aber wäre immerhin eine Möglichkeit aber das Ding ist also ich habe nochmal über das Thema Parteiverbot nachgedacht an sich die Argumentation von Parabelritter sehe ich auf jeden Fall dass das halt eigentlich nur eine Stärkung dieser Meinung bedeuten würde und das würde zwar dauern bis die neue Partei aufkommt aber die würde aufkommen und die würde dann noch mehr Zulauf bekommen dann in wesentlich kürzerer Zeit aber das wäre halt eine Symptombekämpfung das man halt angehen müsste das ist halt ich meine jemand der weiß ich nicht ein Magengeschwür hat oder so klar man muss halt das Geschwür angehen aber es ist halt dann auch ein Vorteil wenn man auch die Schmerzen bekämpft die die Person hat das wäre dann halt einmal ein Pflaster drauf und danach halt eine kurzfristige Lösung ist dann halt einfach so sollte man seine eigenen Feinde auch noch fürs Feindsein bezahlen und steuerlich belohnen beispielhaft ist das gerade bei der NPD passiert ich sehe da die Gefahr wie bei den Protesten übrigens auch dass sich Politiker wieder darauf ausruhen und erneut nicht begreifen wollen dass es eben auch an ihnen liegt dass es so weit gekommen ist wie geht es jetzt weiter vielleicht mal meine eigene persönliche Einschätzung der Erfolg der AfD bestand stets darin aus der Deckung im richtigen Moment die Schwachpunkte zu attackieren und jetzt offenbart sich die eigentliche Schwäche weil sie endlich mal wirklich großflächig mit Widerstand konfrontiert werden sie haben keine gute Defensive sie rudern seit Jahren die Bundespartei irgendwie als unproblematisch darzustellen und der extremen rechten in deutschland wurde lange Zeit zu viel durchgehen gelassen gerade konservative haben sich davor gescheut die Wähler die besonders rechts stehen zu vergraulen und das leichtes Spiel weil die Mehrheit geschwiegen hat zu ihren Verschwörungserzählungen und rechtsextremen Ideologieinhalten das hat sich geändert und dass sie so ins Straucheln gekommen sind sie sind eine Minderheit leider eine laute Minderheit und die Mehrheit die halt auch gegen die AfD ist schwiegt bisher und jetzt werden die halt auch langsam laut und ich hoffe dass diese Lautstärke aufrechterhalten wird das ist ein sehr positives Zeichen zum Thema positives Zeichen die AfD schießt jetzt mit ihrer eigenen Petition gegen ihr Verbot zurück wie wärs denn geht doch mal auf die Straße eine Million am Wochenende das muss doch für die selbsternannte einzige Stimme des deutschen Volkes möglich sein oder I dare you kommen wir jetzt mal sehen wir müssen jetzt nachsetzen und die Fehler der Vergangenheit endlich ausmerzen vielleicht könnte es helfen wenn Scholz zurücktritt und Pistorius an seine Stelle tritt es muss jetzt um Taten gehen die FDP muss einsehen dass sie in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden ist gerade weil sie mit ihrer blockadehaltung den Eindruck einer nahezu Unregierbarkeit erschaffen hat die Grünen müssen endlich begreifen dass an sich wenig wenig Schnittpunkte mit den Grünen und mit der SPD mit der SPD alleine vielleicht ja noch irgendwo aber mit den Grünen zusammen die SPD Grüne haben mehr Schnittpunkte als mit der FDP deswegen ist ja obwohl so eine kleine liberale Stimme kann auch nicht schaden müssen nicht 10% erreichen aber so ein paar Leute wie gesagt ich kenne ein paar von der FDP die wirklich sehr sympathisch sind und auch sehr sehr gute Punkte vertreten für sich selbst die auch teilweise ihrer eigenen Partei widersprechen statt Elite machen können und es der schlechteste Zeitpunkt für großflächige Transformations Fantasien ist und außerdem sollten sie dringend Experten für Krisenkommunikation anstellen und Leute die sich mit Desinformation auskennen Die Ampel muss die Kurve kriegen auch wenn es heißt Ambitionen fallen zu lassen Demokratische Politiker die sollten sich hüten argumentativ in dieselbe Kerbe zu schlagen wie die AfD die halten sich sicher für sehr schlau aber auf diesem Weg sind die Volksparteien in sich zusammengefallen Worte Taten Es muss ein langfristiger Prozess der Rückgewinnung des Vertrauens der Wähler erfolgen nicht nur bis zur nächsten Wahl als Lippenbekenntnis und wenn deutsche Medien nicht über jedes Stöckchen der AfD springen würden dann wäre uns sicherlich auch viel geholfen Leute endlich passieren hier Dinge in diesem Land die ich mir schon vor vielen Jahren gewünscht hätte als bereits klar was für Menschen sich unter dem Rechtsextremismus ausspricht dagegen vorgeht und die Brand Ja durchaus durchaus aber die müssen sich halt stark dagegen stellen und das würde halt auch erst funktionieren wenn sich die Wertunion davon abspaltet weil die Wertunion dann noch irgendwo Einfluss hat die haben das gleiche Narrativ wie die AfD Mauer verteidigt auf Landes und auf Bundesebene und auf Kreisebene und auf Stadtebene es sind nicht die Demonstrationen die etwas ändern aber vielleicht haben sie uns verändert vielleicht bringen sie jetzt etwas ins Rollen und es wird wieder besser lasst mich nur einmal hoffnungsvoll sein Leute okay wir haben uns zu lange von der AfD auf der Nase herum tanzen lassen die behaupten durfte dass sich das Volk repräsentiert offenbar stimmt das nicht und das macht mir Hoffnung teilt das Video mit Freund und Feind und abonniert den Kanal bis denne Tschüssikowski alles was ich noch hinzufügen konnte habe ich während des Videos hinzugefügt und ja bleib zu hoffen dass es wird ein langer Weg es wird ein steiniger Weg aber dieser Weg ist auf jeden Fall machbar ja wie heißt das noch mal verhindern bevor es aufkommt dafür ist wahrscheinlich oder ist auf jeden Fall schon zu spät aber mir fehlen wirklich einfach die Worte ja man muss halt man muss halt aufstehen was dagegen machen wie gesagt auf der einen seite versuche ich irgendwie dafür ist definitiv zu spät hashtag wir sind viele yes das auf jeden Fall vor allem wir sind mehr das ist also Punkt Punkt